alles aber ich bin ausgewichen hallo und herzlich willkommen zurück freunde zu lords of the fall und euch allen ein frohes neues und gesundes jahr ja ich freue mich endlich wieder videos machen wenn ich wieder zeit dafür der zimmer war arbeitstechnisch doch sehr 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 vollgepackt aber jetzt endlich wieder zeit dafür wir sind hier stehen geblieben und zwar brauchen noch einen zweiten hebel um zum vernichter zu kommen da habe ich jetzt tipps bekommen und zwar vom guten andro und bavarian viking tv ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen wo er sein könnte und das ist etwa schon so wie ich mir gedacht habe wir müssen erstmal hier rein und einen boss besiegen okay dass wir noch tun also auf geht's so meine güte okay jetzt aber mache ich eigentlich überhaupt schaden bei nichts so auf jeden fall nicht so viel musik finde ich sehr interessant klingt wie bei herr der ringe mal bei diesen dingen die uns das macht ok Okay Okay, also viel Schaden machen wir dem wirklich nicht. Aber gut, ist ja auch ein Boss, ne. Also jetzt hier keinen. Okay, da hat er noch mal gut was hinterher gezogen hier. Okay, okay, okay. So, also, ich befürchte... ...dass ich den hier für beim ersten Mal vielleicht nicht gleich besiegen kann. Ach, wie mich das nervt. Das war natürlich auch spitzenmäßig ausgewegen hier gerade. Okay, ich nehme mal eine andere Waffe. Denn ich habe ja Feuerschaden und so wie es aussieht... ...er trifft mich trotzdem. Habe ich damit jetzt mehr Schaden? So geht, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ah. Ah. Okay, den können wir mal ganz gut ausweichen. Das ist schon mal ganz gut. Nicht gut. Ach. ja okay so eine richtige taktik durch gegen ihn jetzt noch nicht gefunden naja mal gucken wir für uns gleich noch mal alles aber nur ausgewichen so kommen aber wenn er einen einmal erwischt hat hier wird sein mit sein riesen schmerzern dann ist auch vorbei hier ja 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 ich sage das übermut tut selten ja genau mitten in der arena steht ist das natürlich ist es immer so weit weg also für reichweite hat mein staff dann doch nicht so ok dass wir immer ein bisschen schaden machen so herrlich das war schon mal gut ok dass wir gut ausbrechen nein zieht der noch mal so ein ding hinterher ja und schön daneben gehämmert herrlich also ein bisschen kleines problem und gerade wenn man hier den stab irgendwie so zweihändig nimmt die reichweite ist jetzt nicht so prickel nach mensch herr hier mit schwer dann und so dass das das reicht doch warum denn hier noch diesen pokus pokus hier weg ich möchte trotzdem das ist immer eine gute möglichkeit und wir meinen rein zu würden das gibt es doch nicht bei dem großen typen da jetzt nur so daneben zu hauen ja gut da kann man auch mal zu lang wenn er hier wieder sein 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 schwachsinn und drag weg 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 w peril Entschuldigung Okay Ja herrlich Es war wieder richtig fantastisch hier gerade Ja 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 Okay gut aber ich glaube jetzt habe ich es langsam Was denn? Ich denke nochmal Okay jetzt kann es losgehen Die haben halt eine gute Reichweite hier das ist echt nicht so cool Hä? Wie soll ich dir jetzt nicht getroffen? So ne Kollege Deine Feuer Zauberdinger Bums da hier Die kannst du dir noch so hinschmieren Ach komm Ja ja Na klar Ich stehe 100 Meter weit weg Und erwische mich trotzdem Ach komm Ah Ah Okay Gut Das ist mal ein Boss mit dem ich echt arre Probleme habe Gehört Ne hau ab hier mit deinem Das ist die Ausdauer auch sofort weg Sobald der einen erwischt Kannst du es vergessen hier Ja 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 Ah Ah Oh man Okay Ach nee Ach nee Ich bin auch dumm Meine Ausdauer verabschiedet sich einfach viel zu schnell Oh ich bin ja noch gar nicht tot Haha Ich dachte das wäre es schon gewesen So wollen wir voll machen Ey Kann doch sein dass mir die komplette Ausdauer weg rotzt sobald der mich einmal erwischt Ach komm Was Was Wo hat denn der mich jetzt erwischt Was Wo hat denn der mich jetzt erwischt Da sind die daneben jetzt hier gerade Okay Okay Das soll mal einer verstehen ehrlich Das soll mal einer verstehen hier Das soll mal einer verstehen hier Das war eigentlich auch schon wieder Mist hier gerade Ne ne hau mal ab eh So ich habe ihn mal wieder nüscht abgezogen Und hab aber Schon Ach komm Also ernsthaft jetzt Was ist das denn bitte Der hält sein Schwert in meine Richtung Und 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 Ich renne dagegen und mach Schaden oder was Ich mach Schaden, bekomm Schaden Ja Wenn ich nicht ständig hier daneben hämmern würde, dann wäre es auch nicht so schlimm Ja, ja hier Also ernsthaft jetzt Nee Ich meine irgendwann muss ich ja mal Muss ich ja mal Schaden machen Was sollte Bleibt mir ja nichts anderes übrig Nicht zu fassen Echt nicht zu fassen Oh Das ist doch alles Bullshit was ich hier mache Ja 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 Das ist die komplette Ausdauer weg Sobald er mich einmal erwischt Kannst du Da wirst du so stark gestagert Dann war es das Und ich hab dem Ein Viertel bisher abgezogen Ein Viertel Na ja Na komm Das ist der Mensch Ich hab's doch schon wieder vergessen hier Ja Ich hab's doch schon wieder vergessen hier Ich hab's doch schon wieder vergessen hier ein bisschen schaden wie kann man daneben schießen vielleicht sollte ich das hier so ein bisschen kombination machen decken daneben glaubt gar nicht ein bisschen mit magiehandschuh und starb vielleicht weg 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 na das läuft schön dass ich da jetzt was drauf gekommen ich habe den magiehandschuh auch ein bisschen verbessert und zwar habe ich da eine glücksruhne reingepackt aber das lacht gut okay die magie mal wieder ein bisschen aufladen hier und überleben gar nicht okay naja das läuft nicht so schlecht mit dem magiehandschuh sehr gut daneben 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 muss mir mal einer erklären hier okay wir versuchen uns jetzt den einfach mal ein bisschen auf distanz zu halten und auszuweichen ich glaube so läuft das hier gerade besser als wenn ich mit meinem kampfstab arbeite dann gehen wir wieder ein bisschen auffüllen ach komm wie man in jeden Fall fehlen kann das ist das ist schon echt eine kunst so macht das sinn hier sowas einzusetzen nein 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 zu spät zu spät zu spät zu spät So, jetzt aber... Ah, ja, ja, schön! Diese Attacke hat mir gerade das Leben gekostet. Danke! So, der Magierenschuh ist klasse. Sehr schön. Da habe ich übrigens eine Glücksbrune reingepackt. So, das hat folgenden Effekt. Einmal ist der Handschuh an sich stärker geworden. Und... jawohl! Das war nichts. Und ich habe eine höhere Chance... Ach, daneben. Dass die Gegner hier irgendwelche Items droppen. Wo hänge ich denn jetzt hier fest, Mensch? So. Daneben? Oh... Boah... Wieso schießt denn der daneben? Mh... Das muss man mir echt mal erklären. Ja, was löpt? Muss man saufen? Ja, wenn der hier nicht fair kämpft, ne? Daneben. So, aber die Hälfte haben wir. Sehr gut. So, ich bräuchte mal so einen... Genau, so einen Magie-Splitter. Diesmal kriege ich dich. Diesmal kriege ich dich. Das darf mir bloß nicht wieder irgendein Blödsinn passieren. Ah, da bist du mal schön gegen deine eigenen Dinge hier gegen geslide. Kollege. Und daneben. Ich will jetzt nicht hier wieder in irgendeiner Ecke hängen bleiben. Ah! Okay. So. Diesmal kriege ich dich, Kollege. Diesmal kriege ich dich. So. So, viel hat er nicht mehr. Ja, das mit dem Magie-Handschuhe. Gar keine schlechte Idee. Denken daneben. Sehr schön. So, noch ein paar Schoßen, dann war's das. So, noch ein paar Schoßen, dann war's das. So, hau rein. Oh, das war ja eine schwere Geburt hier. So, hau rein. Oh, das war ja eine schwere Geburt hier. So. 7500 Erfahrungspunkte. Also für die Bosse, ähm, ist die Ausbeute, was Erfahrungspunkte angeht, ähm, beschissen. Ja, also ich will's echt mal beschissen nennen, weil das ist echt, also... Das ist nicht cool. 7500 Erfahrungspunkte. Ich brauche alleine, um nächstes Level aufzusteigen schon. Nur einiges mehr. Naja, gut. Okay. Hier kann man bisher nicht rein. Was haben wir hier? Ich glaube, ich wüsste mich nicht. So, okay. Ähm. Hier ist wohl nichts. Hier auch nicht. Verlassen. Oh. Oh, okay. Da ist Edgar. Na gut, ähm, bevor wir jetzt hier... bevor wir jetzt hier weitermachen...